Servus in Grasck und herzlich willkommen zu meinem neuen Tripport. Ich bin hier am Flughafen in Grasck und fliege auch nach Hause mit der Austria Airlines in Embraer 195 bis das Glas von Gras nach Wien im 25 Minuten Flug. Ich wünsche euch viel Spaß gleich nach dem Intro. So, nach der Sicherheitskontrolle geht es jetzt in die VIP-Lounge. Ich wünsche euch einen Link in der therapistinie. Ich wünsche euch ein Ciao. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche euch einen Spiel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, die VIP-Launch hier am Flughafen Graz war sehr gut. Es hat tolles Essen gegeben. Getränke waren auch in Ordnung. Und es war dann auch eine tolle Architektur hier. Und nach der Launch werde ich auch direkt zur Gate 1 gehen. So, auf geht's, Boarding. So, ich bin jetzt erworben aus Rheinland in April 195 in der Business-Klasse in der 1-1-Kooperation. Und der Flug sah sehr gut ausgebucht aus. Und sollte auch gleich in wenigen Minuten mit dem Starten los starten. Leider ist der Flieger mit ein paar Minuten Verspätung angekommen. Aber es ist kein Problem. Die können sich mit Zeit überholen. Und jetzt läuft das wieder alles pünktlich. Und freuen wir auch schon auf den Start. So, als Begrüßung habe ich von einer der Ostjyllands-Pfleischflösserin ein Erfrischungstuch bekommen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.